Recky Mann und damit alle und willkommen zurück zu einer weitere Folge Let's Play GTA 5 wo wir jetzt endlich mal zum Los Santos Customs fahren Ubermacht Sentiment CD-Drag des Bestes Uh 0 was ganz leisten Stuhlstang der Wüsteuer wenn nicht zum Röntgen Platz 3 die Sitzung zwar man muss man aber nicht sie das Bezutort und Strick aus dem Nicht-Laküren primärfahre um das ist ein ganzes Mal dieser Karte bekommen immer noch die ganzen Farben durch zu tun steht mir nicht wirklich ich fand es schwarz mit dem roten Land sehr geil sie haben sie sind schon mal eine andere Farbe für sich ich bin die ja genau Mama was never that hot on the red homie Mama ain't gonna recognize this bitch Oh shit That's where it's at What's on my own Get the rims all up in this motherfucker Let's get some sick ass rims Sport und es weiß er teuer die Konsequenzen das mit auf okay das war das ist das was naja und ich hatte mich ich mag ja nicht alles scheiße oh nice one begib dich zu merkelshaus ich mach dich nach Hause es ist franklin ja franklin oder credit für unser Gott die home invasion du wirst du mich wie du magst ja ja nein ich meine da 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 jimmy oder james jimmy jimmy Und jemand hat meine Wippen. Und Papa sagt, er hat da zu reden, um mit euch zu reden. Was macht er? Wenn er nicht zu erzählen ist, wenn er nicht zu erzählen ist, dass ich nicht zu erzählen würde. Mein Vater ist aufgeregt. Er ist vollständig. Seine nur markierbarkeit sind die TV und die Zeit zu trinken. Man, ich weiß nicht. Er ist okay für mich. Er hat dir geholfen. Du hast mir geholfen. Ja, vielleicht sind wir gut zusammen. Vielleicht können wir etwas machen, aber wir können nicht mehr machen. Wenn es ihn aus der Haus gibt, dann ist das cool für mich. Ja, wir sehen uns. Ich bin sorry, dass mein Vater verloren hat. Es ist schwer da draußen. Ich meine, ich bin in den Momenten geflogen. Oh, du hast gebeten, Mann. Hey, das ist schwer. Ich bin nicht gebeten. Ich habe keinen Job. Was machst du? Ich habe keinen Job. Ich bin da, Homme. Du hast keine Resüme, aber niemand hat einen. Nein, ich habe keinen Job. Ich habe nie einen Job gehabt. Es fühlt sich als hartes Arbeit. Mein Leben? Die Tage haben sich einfach geschehen. Hey, du spielst Wicht zu Slaughter? Nein, nicht seit der ersten Kunde. Okay. Okay. Mach das Tor doch schneller auf. Ich versuche, wir reden schon wieder im Arsch. Nein. Nein, du es nicht. Nein. 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 Nein, du es nicht. Nein. Nein, du hast eine Frau. Meine Bruder von einer anderen Mutter. Ich meine, ich hoffe das, weil meine Mutter war ein Kind von der Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, alles klar, Homie. Interessant. Ah ja, neue Kontakte. Michael und Jimmy. Vater und Son werden standen. Ach, er wurde beschlägt, dann war es schon der Tornado. Ich hätte mir eine Live-N-Bänder angefangen. Oh, Alter. Juhu. Juhu. Okay. Was ist jemand? Nein. Schnauze! Masakra! Okay, da ist ein... Oh ho ho! Lopi hopi! Timo da noch also! Danke schön! Danke schön! Nice! So, kann ich die Karte aufrufen? M? Ne, N? V? Ähm... Ah, mit Escape! Okay! Wir können grad noch nix machen! Ehm... Äh, will ich was... alt? So... Sag's mir mal kurz zu Mikey! Mikey Boy! Guck mal, es ist egal, was wir gemacht haben... Ist das in der Villa? Ist das in der Villa? Ja, schon in der Villa! Guck mal! Awkward as always! Not as awkward as the sex! I really wouldn't remember! I know! Okay! Guck mal! Wo sind wir denn die gerade? So! Na komm! Der ist ja. Der ist ja karte! Oh nein! Okay, muss leider werden von Freaksmall, okay. mit alt das machen wie fremd und freaks wir haben es allerdings noch übrig schön mit der straße beim aber nehmen es wird Willi? Come on, get out here! Manana! So, ob du was wieder? GERARD! Ehm... ...l Keithleicht... Ah okay! Wir haben hier ab... Zack... Zack... ich hoffe auf jeden Fall ich mache das letzte Spiel auch so viel Spaß für mir Juhu das ist auf jeden Fall ein super geiles Spiel auch mit schon knapp drei Jahre alt ist das soll drei Jahre alt sein mein Gott was soll ich werden muss wenn er was ey ja nur Ja, ja, das war ich gerade. Ja ok, aber da sind auch schon Fremde und Freaks und Tonado. Oh Gott, wo ist das denn? Fettluck! Okay. 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 Da sind wir in der Toadrack. Let's go bring the cha-ching homie. Cha-ching homie. Okay. 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 10-9. Come in. This is Dispatch. We got an abandoned car at San Andreas Avenue. Yo, we on that like ugly on yo mama. 10-9. Come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool! And my boy Franklin. We filling in for JB. Uh, copy that. Hi Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss? Yo, gain. Yo, gain, sugar. Except I ain't gain any shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Hey, boo! Hey, I'm going to turn the lights on, right? Okay, I've seen JB do this a hundred times. Back up close. Make sure the hook is down. And it's just slide right in. Mmm. Aight, baby. Back it up nice and steady. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Jesus! So I ain't seen you around the hood much? I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changes. You the one all turfed up. JB's smoking, but he ain't- But he ain't smoking, homies! He out here grinds! He out here grinds! Esa, darf man das nicht? Okay. Tanja wurde verschreckt. Ich wieder mit meinem... Oh, nö. Och, nö, nicht schon wieder. Ach, kacke. Kann man das rausschmeißen, bitte? Max is important. It's Tanya Fool and my boy Franklin. We filling in for JB. Uh, copy that. Hi, Tanya. Car's a Junker. Been there for days. 10-7. Oh, God. A bucket. This one should be easy. Not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Okay, I've seen JB do this a hundred times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Aye, baby. Back it up nice and steady. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Zoa. So I ain't seen you around the hood much? I been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit change. You the one all turfed up. JB's smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Yeah, yeah. Cause I could've sworn it was me out here towing cars for here. And looking damn fine doing it too, baby. Der Schlöcki. So, we are almost almost there. Der Schnüff. Okay, make a shop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right lights. I'll see you on the black. Anything you need. You have me. Alright, here we go. Where is that, folks? Bestanden. Okay, okay. Dann hüpfen wir in unsere Karre rein. Und beenden diese Folge wieder mit einem... Allo. Was weiß ich. Wär sich gefallen mit Deutsch, wir haben Träumchen. Und bis zum Sonntag immer wieder. Ciao.